hallo und willkommen auf meinem kanal in diesem video werden wir zum ersten mal mit dem wpl b36 ural eine testfahrt machen was wurde bis jetzt gemacht bis jetzt wurde nur alles kontrolliert ob alles festgemacht ist eine fahrer figur wurde eingesetzt wie man sehen kann oder nicht sehen kann und eine zwei gang getriebe wurde verbaut so dann fangen wir mal an so Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell, 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 schnell! so die erste fahrt ist überstanden funktioniert alles soweit gut das einzigste problem sind die kadernwellen die aus kunststoff sind die hier die sind zwar schon mit der schraube fixiert aber drehen trotzdem durch weil ist schraube in kunststoff reingeschraubt und hält wohl nicht so ja dann werden wohl als nächstes die metall kadernwellen kommen sonst ist alles funktioniert ohne probleme fährt gut gefällt mir und meinem sohn sehr gut so als nächstes werden halt ihr upgrades gemacht und dann kommen die nächsten fahrten schaut meine weiteren videos abonnieren nicht vergessen und viel spaß so Vielen Dank.